Herzlich willkommen bei der Ruhräule, einem Podcast aus Fröndenberg mit Gästen über Themen mit Rebecca und Seba. Jetzt kommt die Folge mit Michael Nopthut. Michael Nopthut, Familienmensch, Lokalpolitiker, Konsens-Typ. Ja genau und er ist so einer, der Fröndenberg mitgestalten möchte. Dafür nutzt er sein Amt als SPD-Stadtverbandschef und das macht er erst seit kurzem, obwohl er schon über 30 Jahre in der SPD ist. Ja und jetzt auch nochmal kurz zu seiner Person. Er ist 56 Jahre alt und seitdem nie länger als sechs Wochen von Fröndenberg weg gewesen. Krass. Ja. Dabei ist er erst zur Gemeinschaftskundschule gegangen, dann zur Gesamtschule Fröndenberg und hat anschließend eine Ausbildung zum Werkzeugmacher gemacht. Außerdem ist er verheiratet und hat vier Kinder. Seine Hobbys sind Fußball, früher auch auf dem Platz, heute als Zuschauer beim SV Bausenhagen, Langschädel und Fröhmann. Außerdem werkelt er gerne mit Holz in der eigenen kleinen Werkstatt. Ein kleiner Disclaimer. Und zwar Seba und Michael haben sich kürzlich kennengelernt, weil sie zusammen die Kundgebung vorbereitet haben, die Seba moderiert hat. Sie engagieren sich zusammen im Bündnis für Demokratie in Fröndenberg. Die Auftaktveranstaltung ist am 8. April. Schaut gerne in die Shownotes für mehr Details. Aber jetzt geht's erstmal los. Michael, du bist, wenn ich das so sagen darf, Mitte 50 und nie aus Fröndenberg weggezogen. Da kann man sich fragen, warum nicht? Ich stelle eher andersrum die Frage, warum. Ich finde hier in Fröndenberg, wenn man in die Großstadt möchte, wir haben eine wunderbare, ich sag mal schnelle Möglichkeit nach Dortmund zu kommen oder überhaupt ins Ruhrgebiet. Das ist, sag ich mal, mit dem Zug knapp über 20 Minuten gerade mal entfernt. Wir sind in 20 Minuten, 25 Minuten an der Mönesee, an der Talsperre. Also wir liegen hier ziemlich zentral und landschaftlich auch wunderbar. Warum sollte ich weggehen? Also du fühlst dich hier gut angebunden, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, das ist tatsächlich ein Zuhause, was ich mag. Und das hat so für dich keine negative Seite, dass du irgendwie hier nicht losgekommen bist und dich angebunden, in so einem festgebundenen Sinne fühlst, sondern... Nein, also das hat überhaupt nicht den Charakter von wegen, ich bin hier eingesperrt oder bin hier gefangen oder komme hier nicht raus. Überhaupt nicht. Ich mag es einfach wirklich sehr gerne, hier zu sein. Ich komme mit dem Menschenschlacht. Ich mag das einfach hier. Und wenn ich die Großstadt möchte, wie gesagt, ich bin ruckzuck da. Und wenn ich die Ruhe möchte, irgendwo in Sauerland, wo ich wirklich ganz alleine sein kann, ist es auch nicht weit. Fehlt dir trotzdem was in Vornberg? Ja, es fehlt viel und es fehlt gar nichts. Ich sag mal, die Einkaufsmöglichkeiten als ein Beispiel sind natürlich nicht sehr ausgeprägt. So viele Fachgeschäfte fehlen. Aber im Endeffekt ist alles recht kurzläufig zu erreichen. Also läufig ist jetzt das falsche Wort, kurzläufig. Aber in wenigen Autominuten kommen wir über Linden, um alles einzukaufen, um für den täglichen Bedarf zu sorgen. Und auch Großveranstaltungen, ich sag mal, sind jetzt auch nicht so weit weg. Wobei ich mir natürlich auch gerne wünschen würde, wir hatten vielleicht mal die eine oder andere Großveranstaltung auch hier in Vröndenberg vor Ort. Was wäre das zum Beispiel, was du dir da vorstellen könntest? Ich habe die Hoffnung, hatte sie und habe sie immer noch, dass wir hier vielleicht mal für junge Menschen mal auf einer größeren Ebene ein Open-Air-Festival oder Konzert veranstalten können mit durchaus auch hochkarätigen Gästen. Und da versuchen wir was auf die Beine zu stellen und wollen mal schauen, ob das funktioniert in der Zukunft. Ist jetzt die Chance, dass das jemand hört und dich vielleicht anschreibt und sagt, ey Michael, wenn du das machst, dann bin ich dabei in dem Team. Es ist schon auch, was nicht in die Wege geleitet ist, aber es gab bereits einen Versuch, so etwas zu starten. Das ist natürlich mit Kosten verbunden, deshalb kann ich auch die Stimmen verstehen, die sagen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, müssen schauen. Aber ich hoffe, dass wir da mal einen Konsens finden und da eine Möglichkeit schaffen können. Jetzt bist du nicht nur hier, weil du so eine schöne Radiostimme hast und weil du irgendwie Fröndberger Polbürger bist, sondern weil du in Fröndenberg auch ein politisches Amt bekleidest. Was für ein Amt ist das und was machst du da? Also ich bin Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Das ist der Dachverband für die einzelnen Ortsvereine, die es hier in Fröndenberg gibt von der SPD. Und da mache ich eigentlich hauptsächlich Koordinierungsarbeiten zwischen den Ortsvereinen und auch weiter zum Unterbezirk der Partei. Und das ist so mein Hauptaufgabengebiet, wo ich mich einfach drum kümmer. Seit wann machst du das? Da bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren im Amt. Das heißt, ich bin gewählt worden, bin da immer wieder gewählt worden und es wird im Tunis von zwei Jahren immer wieder neu gewählt. Zwei Jahre nur? Zwei Jahre, ja. Okay. Und wie lange bist du schon in der SPD? Ich bin seit 1987 in der SPD. Also mit 20 Jahren eingetreten. Ja. Und wie bist du dazu gekommen, so in der Partei einzutreten? Ich bin von zu Hause und auch in der Schule, ich sag ich mal, habe ich viele Dinge kennengelernt, die mir damals an der SPD gefallen haben und die ich unterstützen wollte. Und da ist es dann das Interesse geweckt worden. Ich habe Veranstaltungen der SPD besucht und bin dann Mitglied geworden in der Partei. Wie ging das damals? Also wahrscheinlich nicht mit Online-Antrag? Nein. Also man musste schon tatsächlich persönlich zu Veranstaltungen, zu Versammlungen hingehen. Man hat als junger Mensch früher etwas mehr Probleme gehabt, sag ich mal, direkt eingebunden zu werden. Ich sag mal, es gibt immer, wird es glaube ich in allen Parteien geben, dass es ältere Menschen gibt, die sagen, hat der Junge überhaupt schon mal Plakate geklebt oder so ähnliches. Erstmal musst du Plakate kleben, bevor du mitentscheiden darfst, Kollege. Und geklebt werden sie nicht mehr heutzutage. Aber der Wille war da und auch der Wunsch und die Zahl derer, die sich gewünscht haben, dass auch junge Leute mitmachen, war größer und deshalb gab es von daher keine Erinnernisse. Was war dein erstes Amt, das du dann irgendwann übernommen hast in der Partei? Das ist das Amt des Parteivorsitzenden, des Stadtverbandvorsitzenden. Vorher habe ich kein Amt ausgeübt, sondern habe nur im Hintergrund geholfen als Wahlhelfer oder ähnliches. Ich habe da kein Amt ausgeübt, weil ich auch beruflich relativ eingebunden war. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit und kann mir das besser einteilen. Also mit 20 in die Partei, mit Anfang 50 das erste Amt. Ja. Das ist eine steile Karriere. Okay, cool. Und du hast aber kein Ratsmandat, richtig? Nein, ich habe kein Ratsmandat. Ich habe vor, bei der letzten Kommunalwahl habe ich kandidiert als Kandidat bei mir zu Hause im Gebiet der Hohen Heide. Ich habe dort knapp verloren gegen einen anderen Kandidaten. Ist nicht schlimm, ist kein politischer Gegner in dem Sinne, als dass er schlecht ist oder ähnliches, sondern ist tatsächlich einfach so, er ist Angehöriger einer anderen Partei. Aber ich habe immer die Hoffnung und davon gehe ich auch aus, dass er eigentlich dasselbe Ziel hat wie ich, das Beste für seinen Wahlbezirk und für die Stadt zu machen und rauszuholen. Ja, ich würde sagen, so in der Demokratie ist es ein bisschen wie im Sport. Es ist natürlich ein Wettkampf, deswegen gibt es auch diese Gegnerbegrifflichkeit, aber am Ende tritt man ja auch irgendwie gemeinsam für was an. Ja, das ist also, das Ziel sollte dasselbe sein. Der Weg dahin mag ein anderer sein, darum kämpft man, dass man, da jeder der Überzeugung ist, sein Weg wäre der bessere. Aber das Ziel, das Große im Endeffekt für die Stadt, für die Kommune das Beste oder eben die höchste Lebensqualität und alles für die Stadt rauszuholen. Also du bist nicht im Rat, aber Chef, Vorsitzender der größten Partei oder einer der beiden großen Parteien in Fröndenberg. Wie viel Einfluss hast du oder wird die eigentliche Politik nicht am Ende doch im Rat gemacht? Also die eigentliche Politik wird in den Parteien gemacht. Anträge kann jeder stellen, also jeder Bürger, die Partei selber auch als Bürgerantrag. Dann gibt es natürlich die Fraktion, die aus den Ratskandidaten erweitert aus den sachkundigen Bürgern besteht. Die können ihre eigenen Anträge natürlich stellen. Das geschieht aber alles eigentlich immer im großen Konsens, in Rücksprache, mit allen zusammen. Und dass ich jetzt sagen kann, ich habe Einfluss, ich bin irgendwo gegen oder sonst auch etwas, das ist nicht mein Verständnis der Rolle, die ich habe als Vorsitzender. Ich sage mal, es mag sich doof anhören, wenn ich der Meinung bin, ich finde diesen Weg gut und von zehn Mann meinen aber acht andere, der andere Weg wäre besser. Dann vertrete ich trotzdem den, es ist ein großer Teil der Demokratie, das ganz einfach die Mehrheit entschieden hat. Und ich bin als Vorsitzender dann eben auch dafür zuständig, diesen Weg mitzugehen oder den auch zu erklären, erläutern und warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also es geht nicht um meine persönlichen Interessen, sondern tatsächlich den Konsens innerhalb, ja ich sage mal, der Partei, des Vorstandes, der Fraktionen versuchen herzustellen und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Danke für diesen Einblick, sehr spannend. Wie würdest du sagen, ist die Situation der Sozialdemokratie in Fröndberg? Wie viele Mitglieder habt ihr, wie nimmst du das Engagement aktuell wahr? Also es ist tatsächlich so, dass die Mitgliederzahlen bei, ich denke mal, bei allen großen Parteien zurückgehen. Das hat einfach auch etwas mit der Altersstruktur zu tun. Das ist natürlich ein trauriges Kapitel, aber es ist nun mal so, dass dann die Mitgliederzahlen sinken. Ja, ich kann nicht wirklich sagen, woran, wie weit das liegt. Man merkt oft bei jungen Menschen, da kommt was, die kommen ganz von alleine auf die Partei zu. Aber im direkten Gespräch jemanden zu überzeugen, jetzt in diese Partei oder jene Partei oder etwas zu gehen, ist recht schwer, weil sich viele Menschen nicht auf eine Parteistruktur einlassen möchten. Und da gerne auf den einfacheren Weg gehen und viele eben auch einfach bevorzugen, einen Post auf Facebook zu veröffentlichen, um ihre Meinung zu tun, anstatt versuchen, den auch in politische Gremien und letztendlich in entscheidende Gremien in der Stadt oder in die Parlamente zu tragen. Welche Fantasien hättest du, junge, ich sag jetzt einfach mal junge Bürgerinnen und Bürger mehr in so Entscheidungsprozesse einzubinden? Fantasien finde ich jetzt nicht das richtige Wort dafür. Welche Ideen? Ich würde mir wünschen, dass mehr Beteiligung kommt, dass zum Beispiel, wenn Bürger Fragen haben, anstatt jetzt irgendwo, ich sag mal, in Social Media etwas zu veröffentlichen, eine Meinung rauszuhauen oder ähnliches, vielleicht auch einfach mal die lokalen Ratskandidaten, die lokalen Vertreter, die in der Demokratie nun mal auch gewählt worden sind von den Wählern, vielleicht die einfach mal ansprechen, einbinden, fragen, wieso, weshalb, warum habt ihr diese Entscheidung? Wie war der Weg zur Findung dahin, dass so etwas vielleicht auch einfach mehr kommt und vielleicht dadurch auch Interesse geweckt werden kann, daran mitzuwirken? Jetzt beschreibst du das von der Seite der Bürgerinnen und Bürger, was die tun könnten. Kannst du auch Hürden und Barrieren erkennen, die von Seiten der Lokalpolitik abgebaut werden könnten, damit das ein bisschen leichter fällt? Es ist meine persönliche Meinung, dass es leichter gemacht werden sollte, sie einzubinden, aber es ist ganz oft das Problem, wenn jemand kommt, wie ich das vorhin schon schilderte, und seine Meinung hat, und er aber dann, ich sag mal, einem Gremium gegenüber sitzt, wo andere da sind, die anderer Meinung sind, dann sich, ja, unterordnen ist das falsche Wort, aber dann zu akzeptieren, dass in einer demokratischen Findung nun mal die Mehrheit entscheidet. Und das kann eine knappe Entscheidung sein, mit nur einer Stimme mehr oder mit fünf Stimmen Mehrheit. Im Endeffekt ist es dann eben die Mehrheit, die entscheidet oder die den Weg vorgibt und da gibt es ganz oft Hindernisse. Vieles ist ja auch an Regeln gebunden, die irgendwie da sind. Also so ein Rat trifft sich ja nicht, wie er sich trifft, weil er das so möchte, sondern weil es auch Spielregeln gibt für sowas oder auch Ausschusssitzungen und so. Also es ist tatsächlich so, dass alle Ausschusssitzungen und alle Ratssitzungen zunächst einen öffentlichen Teil haben, das heißt, das ist auch der größere Teil. Dann gibt es Dinge natürlich, die auch hinter den verschlossenen Türen diskutiert werden, aber das ist der weitaus kleinere Teil. Man sieht an der Beteiligung, dass da sich, ja, das ist nicht sehr groß, die Beteiligung. Also das Interesse scheint irgendwie nicht da zu sein, direkt mal mitzukriegen, wie so eine Entscheidung gefunden wird oder wie der Weg ist. Ich habe jetzt, ich sage mal, an mehreren Ausschusssitzungen auch als Sachkundiger Bürger teilgenommen und da ist eigentlich in Anführungsstrichen nur, wenn jemand direkt betroffen ist. Ich sage mal, es gab mehrere Fälle, wie jetzt mit der geplanten Hühnermast in Frömern. Dann ist die Beteiligung groß. Aber die Woche drauf oder der Monat danach, wenn die nächste Sitzung ist, andere Themen sind, ist kein Mensch da. Tatsächlich keiner. Und das spiegelt sich leider auch wieder, dass in vielen Ausschusssitzungen selbst die Presse nicht mehr anwesend ist, dass auch da nichts mehr kommt. Ja, ich war vor ein paar Monaten mal einfach so ganz random bei so einer Ratssitzung, habe mir das mal angeguckt, mich da erstmal ein bisschen von dem Flair führen lassen und versucht das zu fühlen. Dachte, okay, also sehr unterhaltsam war es nicht, das kann ich mal so sagen, muss es auch nicht sein. Und dann habe ich hinterher gedacht, okay, wenn ich mich jetzt einem der Themen auf der Tagesordnung intensiver widmen wollen würde, wie könnte ich das denn machen? Und dann gibt es ja dieses legendäre Ratsinformationsdienst, auf das man als Mandatsträger in Zugriff hat, aber auch als Bürgerinnen und Bürger kann man sich da einlesen, das ist alles auch öffentlich im Internet hinterlegt. Allerdings muss ich die Ratssitzung und die Ausschusssitzung, die ein Thema behandeln, quasi chronologisch durchklicken und mal schauen, wo das Thema vielleicht schon mal aufgeploppt ist. Es gibt also keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte mich zu einem Thema X informieren, sondern habe ich so eine Art Filter und jetzt kriege ich alle Sitzungsvorlagen und Diskussionspunkte, Protokolle, die es dazu jemals gab. Das heißt, also wenn ich jetzt überlege, wie könnte Politik oder die Verwaltung an der Stelle auch so eine Schnittstelle vielleicht das einfacher machen, so zum Beispiel. Jetzt beim Schönenfeld haben wir ja erlebt, dann gibt es eine Bürgerin, die nochmal versucht, das Thema in die Politik zu tragen und die macht so eine Seite schönenfeld.de. Da könnte man sich ja fragen, warum gibt es das nicht schon von vornherein aus der Politik, aus der Verwaltung, damit Leute, die sich damit befassen wollen, einen Ort haben, wo sie gebündelte Informationen finden. Warum das nicht diesen Weg gegangen ist, weiß ich nicht. Da kann ich persönlich leider nichts zu sagen. Wie ich vorhin schon erwähnte, ruf deinen Ratsvertreter an. Die Telefonnummern geben die eigentlich meistens raus. Die Adressen sind bekannt. Sie wissen, wer das ist. Ruf ihn an. Ruf den Geschäftsführer an. Ruf den Fraktionsvorsitzenden an. Ruf den Parteivorsitzenden an. Sprich mit ihnen. Frage. Stell Fragen. Und das passiert recht wenig. Es sei denn, wie gesagt, man will jemanden beschimpfen oder verunglimpfen teilweise. Dann kriegt man schon Anrufe. Aber direkte Themen nachfragen, also wirklich sachlich nachfragen. Stand der Dinge, wie ist das bei euch, ähnliches, die kommen nicht. Okay, da höre ich ein bisschen Bedauern raus. Ja, es ist schade, weil ich sag mal, ich mach das nicht für mich. Ich hab tatsächlich ein Interesse für die Stadt und wenn das dann an den Bürgern vorbeigeht, ja, ist das eigentlich, ja, es ist schade. Wir zoomen mal ein bisschen raus aus Fröndenberg. Du bist Chef, Vorsitzender einer Fröndenberger Partei und die Partei ist im Land, in der Opposition, im Bund, in der Regierung. Wie sehr spiegeln sich in deinem Alltagserleben, wenn dich Leute auf Politik ansprechen, die Nachrichten des Vorabends oder die Schlagzeilen in der Tageszeitung nieder, wenn dort, ja, die SPD auch kritisiert wird für die Entscheidungen, die getroffen werden? Da möchte ich zu sagen, wenn Entscheidungen getroffen werden, ich bin ja nun mal auch ein Individuum für mich selbst, das heißt, ich bin jetzt nicht der Apparat oder wie man das auch immer genannt hat früher oder auch nennen möchte. Ich habe meine persönliche Meinung und finde, das ist etwas, was ich auch ganz zu Beginn gesagt habe, als ich Parteivorsitzender geworden bin. Wenn etwas gut ist für meine Stadt, für meine Kommune, dann geht es nicht darum, ob jetzt gerade in der Bundespolitik oder Landespolitik irgendetwas nicht läuft oder nicht gut ist oder ähnliches. Dann ist es nicht wichtig, ob es jetzt aus der Partei kommt, ob es aus der Partei kommt, sondern es ist wichtig, dass es gut ist für unsere Stadt und dass man da tatsächlich mehr Konsensentscheidungen versucht zu finden oder auch fraktionsparteiübergreifend etwas zu finden. Und genau so ist es eben in der, ja, also es ist nicht immer schön, wenn man auf bundespolitische Themen angesprochen wird, die tatsächlich auch nicht einfach zu erklären sind. Es sind oft sehr komplexe Themen, sehr komplexe, ja, Wege, die dort gegangen werden und gegangen worden sind und generell bin ich aber dennoch der Meinung, dass der Weg der Sozialdemokratie, sonst wäre ich nicht in der Partei, ein guter Weg ist. Und ich bin natürlich nicht mit allen Entscheidungen und mit allen Wegen 100 Prozent einverstanden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch in internen Gesprächen oder innerhalb der Partei ganz klar versuche zu klären oder anzusprechen und das auch weiterzutragen, so wie es jeder Bürger machen kann. Und dann auch an unsere dementsprechenden Kandidaten, die im Kreistag sitzen, die im Landtag sitzen und die im Bundestag sitzen. Das sind dann meine Vertreter als ich, als Bürger, denen ich dann sage, ich finde das nicht gut und den Weg suche ich dann und versuche da, ja, Einfluss zu nehmen. Wie gehst du mit Kritik um an deinen politischen Überlegungen, Überzeugungen, Ideen, deiner Art und Weise, das einzufordern? Ich bin ganz glücklich darüber, dass ich mir das gerne auch gerne andere Meinungen anhöre und meine eigene dann auch hinterfrage. Also es ist natürlich immer so, wenn wir über etwas sprechen, ich sage mal, wir sitzen uns gegenüber und ich halte dir meine Hand hin, sieht die von deiner Seite natürlich anders aus als von meiner Seite. Und dann möchte ich mir auch gerne die andere Seite betrachten und möchte das anschauen. Und wenn da jemand einfach die besseren Argumente hat, sprich Fakten, nicht eine Meinung oder einen Wunsch oder irgendein Empfinden, dann bin ich nicht nur bereit dazu zu hören. Ich gebe dann auch gerne meine eigene Meinung, die ich vorher gefasst hatte, ja, auf. Also ich habe da kein großes Problem mit, dann auch durchaus einen anderen Weg zu gehen, wenn mich jemand überzeugt hat. Also das ist, ja, das ist nicht das Problem für mich. Das Problem ist, wenn jemand persönlich wird. Das ist etwas, was ich nicht gerne mag, muss ich wirklich sagen. Das ist etwas, privat versucht mich zu verletzen oder wehzutun oder irgendetwas. Wenn jemand faktisch bleibt, wenn jemand argumentativ bleibt, gerne, super, jederzeit, erst rein. Wenn aber jemand kommt, ihr seid alle blöd oder ihr macht alle nur Mist und selbst wenn er alle parteiübergreifend meint und nicht nur mich persönlich oder ähnliches, das hat nichts zu suchen in der Diskussion. Ist dir das schon passiert? Ja. Häufiger? Nein, so hoffe ich nicht. Ich sage mal, da reicht eine Handvoll zum Abzählen, aber es passiert leider, ja. So auch im Fröndberger Lokalpolitikbetrieb? Ja, als normaler Bürger. Ich sage mal, wenn ich unterwegs bin auf Veranstaltungen oder wenn ich einfach als Privatmann auch, ich sage mal, so wie ich gerne mache, zum Fußball gehe und da am Platz bin, da fallen schon mal Kommentare, die durchaus unter der Gürtellinie sind. Und bei solchen Fällen kann ich oft einschätzen, okay, komm, nicht drauf reagieren ist, glaube ich, auch besser, da sollte man ein dickes Fell haben. Aber wenn jemand kommt und wirklich etwas ernste Themen besprechen, dann jederzeit. Meine Telefonnummer ist für jeden zugänglich. Danke. Wir reden gleich über Konsens, aber erst kommt die Rebecca mal reingeflogen und die hat den Eulenspiegel dabei. Genau, der Eulenspiegel ist dazu da, dass wir Fröndenberg aus deiner Sicht nochmal besser kennenlernen. Dazu stelle ich dir drei Fragen, drei spontane Antworten über Fröndenberg an dich. Bist du bereit? Ja. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg. Ich mag gerne oben in Fröndenberg sein, weil wir in Fröndenberg eine unglaubliche Aussicht auf die Umgebung haben, auf die umliegende. Das ist ein sehr schöner Ort und da gibt es viele von in Fröndenberg. Welcher Berg ist denn besonders schön mit der Aussicht hier? Der Berg an sich, ich sag mal oben auf dem Hinrichsgnübel, da ist so einen wunderschönen Blick, wirklich sehr, sehr weit. Was auch noch interessant ist, wenn man hinter Ostbüren ist und dann wirklich über ganz Hamm bis ins Münsterland einen Blick hat. Das ist wunderbar. Und als drittes oben in Fröndenberg vom Bismarck-Turm, das ist natürlich Wahnsinn, was man da für eine Aussicht hat. Eigentlich sind es drei, kein besonderer einzelner Punkt. Ich mag sehr gerne, wenn man den Küchenberg hochfährt und dann rechts Richtung Golfplatz, da kommt man an so einem umgelegten Baum und da ist eine Bank, da kann man irgendwo sitzen und so und dann kann man so zurück nach Menden gucken, das ist auch sehr schön. Ich mag, also tatsächlich mein Favorit ist, wenn man aus Ostbüren rausfährt, links rein, da wo jetzt auch der neue Radweg entstanden ist und da einfach stehen, weil du hast einfach einen fantastischen Blick, eine schöne Ruhe. Da ist zwar die Autobahn im Hintergrund, aber trotzdem gespiegelt eine schöne Ruhe für mich da. Stadt mit Aussicht. Das geht so nur in Fröndenberg. Wow. Ein Dorf, das eine Stadt geworden ist, das ist Fröndenberg. Das Schöne an Fröndenberg ist, dass hier die Möglichkeit besteht, der kurzen Wege. Das heißt, man ist hier relativ gut und schnell vernetzt und hat dadurch ganz oft den Vorteil, dass manche Dinge auch schnell gehen können. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Das ist das Kurioseste, das du in Fröndenberg mal erlebt hast. Ich habe was Kurioses, aber nicht in Fröndenberg, sondern es war aus Fröndenberg. Ich war auf einem Schüleraustausch in England und stand dort Schlange an der Achterbahn und völlig unerwartet ging an mir vorbei. Ein guter Freund, der mit einem anderen Schüleraustausch auch in England war und die gleichzeitig den Ausflug gemacht haben in denselben Vergnügungspark damals, wo wir uns zufällig da getroffen haben. War eine schöne Begegnung, war kurios, aber eben nicht in Fröndenberg. Aber aus Fröndenberg. Ja, mit Fröndenbergern. Ja. Ja, das war es dann auch schon mit dem Ollenspiegel und weiter geht es mit dem Podcast. Danke Rebecca und danke Michael für die schönen Ausflugstipps im Ollenspiegel. Da werden wir mal ein paar Berge von ansteuern mit dem Fahrrad demnächst. Mit dem E-Bike, muss ich sagen. Ich fahre nicht auf dem Berg mit dem Fahrrad. Und Michael, wir haben natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und nachgeguckt so und dann gibt es einen großen Artikel von dir, als du Stadtverbandsvorsitzender geworden bist. Und da sagst du, ich mag verhärtete Fronten nicht und wirst in dem Artikel als Konsens-Typ bezeichnet. Und da ist mir so die Frage gekommen, sind Fronten und Auseinandersetzungen nicht aber auch wichtig für politische Themen und für das Voranbringen vom politischen Engagement? Braucht man das nicht eigentlich? Doch, absolut. Man braucht das. Es ist aber, solange wir faktisch bleiben, also bei Fakten, bei guten Argumenten, erschließt sich ja letztendlich dann nur ein Weg. Und wenn man den dann gemeinsam gehen kann, das heißt, dieser Prozess, diesen Weg zu finden, den gemeinsam zu machen und dann, dass das als Erkenntnis bei beiden Seiten dann rauskommt, okay, das ist jetzt gerade der einzige Weg oder die einzige Lösung oder momentan nur die beste Lösung, auf langfristig etwas anderes, das ist vollkommen in Ordnung. Also man muss erstmal Argumente austauschen. Jetzt ist natürlich die Sache, der eine macht es mehr, der andere weniger vehement und das ist dann die unschöne Sache an so einem Diskurs. Aber wenn wir dann eine Lösung finden, ist das vollkommen in Ordnung, wenn wir orientiert bleiben für eine Lösung. Konsens hat in meinen Ohren so einen etwas negativen Beigeschmack. Ich bin ja Sozialpädagoge. Und Konsens, dann denke ich immer, und ich bin auch noch kirchlicher Sozialpädagoge, und dann denke ich bei Konsens immer an so pädagogische Settings oder an kirchliche Gremien, die so lange reden, bis keiner mehr Nein sagt, bis alle aus Überzeugung, nee, eben nicht, bis alle Ja sagen. Und dann bewegt sich manchmal zwar das ganze Ding nach vorne, aber nur so ein Zentimeter. Also Konsens hat auch diesen Negativklang von, ja, jetzt haben wir ganz lange gesprochen und wir entscheiden was, aber so richtig viel entscheiden wir nicht. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, der Begriff kam nicht von mir, der kam vom Redakteur, aber im Endeffekt, wenn der Konsens uns nach vorne bringt, ist es schon mal der erste Schritt, das auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch diesen Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Das ist eigentlich die, ja, das ist die, ja, das ist einfach eine ganz große Bremse in ganz, ganz vielen Gremien, aber auch in Vereinen oder ähnlichem. Und da bin ich kein großer Freund von. Ja, schnelle Entscheidungen ist oft, bringt uns nach vorne und wir sollten keine Angst haben, auch mal Fehler zu machen, aber dann zu den Fehlern auch zu stehen. Also wenn ich eine Entscheidung treffe und die ist nicht gut, es fällt sich im Nachhinein als schlecht, als falsch raus, dann ist das kein Problem für mich persönlich, da zu sagen, das war falsch, da habe ich Mist gebaut oder ähnliches. Da auch meinen Kopf für ihn zu halten und wenn das in letzter Konsequenz heißen sollte, dass ich für meine Partei oder für andere nicht mehr politisch tragbar bin oder so, dann trage ich die Konsequenz auch. Das ist für mich kein Problem, aber Fehler kann und darf jeder machen, nur kann passieren, darf aber nicht. Okay, also du magst keine verhärteten Fronten, Konsenstyp, so als Fremdzuschreibung und dann hast du jetzt gerade gesagt, Fehlertoleranz, was würdest du dem Politiker Michael Nopput noch an Eigenschaften zuschreiben? Als Politiker ist es tatsächlich so, dass ich versuche, alte Strukturen, alte Krusten innerhalb der Partei aufzulösen. Das heißt, ich versuche eine etwas andere Gesprächskultur in Sitzungen oder ähnliches herbeizuführen, wo ich nun mal als Vorsitzender, als Gesprächsleiter in diesen Runden die Möglichkeit zu habe. Und das hat auch dazu geführt, dass wir bei uns im Rat natürlich auch eine relativ junge Fraktion haben und das ist ein schöner Nebeneffekt, der dabei mit rausgekommen ist. Oder der Einpunkt dafür war, dass die jungen Leute gerne mitarbeiten und das ist schon mal eine schöne und eine gute Sache. Vor einigen Wochen hast du die Kundgebung angemeldet, die sich für Demokratie und für Vielfalt, auch gegen Extremismus, Rechtsextremismus eingesetzt hat. Was hat sich dazu bewogen? Was war der ausschlaggebende Punkt? Also grundsätzlich ist es einmal über die Diskussionslage, die hier im Land ist, über die politische Lage, die sich hier entwickelt, einfach mal zu zeigen, wer die schweigende Mehrheit ist und die mal nicht mehr schweigen lassen, sondern tatsächlich an die Öffentlichkeit kommen lassen und zu zeigen, wir sind anderer Meinung. Wir haben andere Ziele, andere Wünsche, andere Vorstellungen von Demokratie. Dass sich das momentan in der Situation auch widerspiegelt, gegen Rechtsradikalismus zu sein, ist nun mal der überwiegende momentanen Gefahr, die von rechts kommt. Wobei wir nie ausschließen sollten, Extremismus im Allgemeinen für nicht gut zu betrachten. Ich würde sagen, wenn die Mitte ein Kreis ist, dann kann überall um den Kreis herum etwas in den Kreis versuchen einzudringen. Ganz genau bin ich deiner Meinung. Also Extremismus in jeder Form schadet jeder Demokratie und auch jedem Leben im Konsens. Und nochmal zur Kundgebung. Es gab im Vorfeld viel Kritik, so in der Zeitung, im Hellweger und so, dass überall im Kreisgebiet jetzt irgendwie Kundgebungen stattfinden, außer in Fröndberg. Wie hast du die Berichterstattung im Vorfeld wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Demo braucht auch ein bisschen Vorbereitung und auch Vorgespräche. Und wie es nun mal so ist, in der Partei dauert auch so etwas, etwas länger. Und wir haben das ja auch nur angestoßen. Die letzten waren wir nicht. Das möchte ich auch nochmal betonen. Werner war drei Stunden später. Ja. Aber es dauerte einmal. Da ist, ja, ich muss in der Partei, da wir das über den Stadtverband angemeldet haben. Das hatte einfach auch damit was zu tun, dass da so eine Demo auch mit Kosten verbunden ist. Dass ich mir da auch erstmal das Okay holen musste. Ich kann das nicht einfach beschließen. Und als wir es angemeldet haben, hat es ja auch nicht mehr lange gedauert. Da wurde ich auch kontaktiert von anderen Kreisen, die sich dann gesagt hatten, die auch geplant hatten. Und so haben wir uns einfach zusammengetan. Und es lief dann offiziell unter der Anmeldung des SPD-Stadtverbandes. Wobei ich gebeten hatte, in der Zeitung das eigentlich wegzulassen. Weil ich möchte, dass da nach wie vor der Meinung bin, dass wir da die Politik in der Öffentlichkeit rauslassen sollten. Die Politik generell, selbstverständlich, beteiligt, organisatorisch und unterstützend. Aber wir wollten das am Anfang tatsächlich so, dass es eigentlich aus der Zivilgesellschaft kommen sollte. War es ja auch. Ja, und das hat hervorragend funktioniert. Wir haben wirklich Glück gehabt, alles, was organisatorisch für diese Demo zu machen war, was vorzubereiten war. Es hat einfach unglaublich gut in sehr, sehr kurzer Zeit funktioniert. Die Kundgebung selber ist fantastisch gelaufen, friedlich gelaufen, gut gelaunte Menschen einfach auf dem Marktplatz. So voll, glaube ich, haben viele Menschen in Fröndmärchen den Marktplatz noch nicht gesehen. Und es war einfach eine hervorragende Veranstaltung, die hoffentlich ein Startschuss zum Meer ist. Beschreib doch mal dieses Meer. Was ist deine Hoffnung, was jetzt aus diesem Bündnis, was sich da ja auch so formiert hat, noch entstehen könnte? Ich hoffe, dass es dem Bündnis gelingt, sehr viele niederschwellige Angebote für Menschen zu schaffen, sich zu informieren, sich auch zu organisieren, auch ihre Meinung mal kundzutun, die nicht laut irgendwo schreit in vielen sozialen Medien, sondern in Vereinen, in Organisationen. Und auch mal zeigen, ja, wie ich vorhin schon sagte, wir sind die schweigende Mehrheit, die vielleicht nicht ihren Mund groß aufreißt, aber es ist nicht unser Weg, den wir gehen wollen, der da gerade publiziert wird von manchen Seiten. Und dass das funktioniert, dass da einfach viele, viele Organisationen in Fröndmärchen, aus Fröndmärchen da zusammenarbeiten. Und dass es auch längerfristig bestehen bleibt, also dass das nicht, ich sag mal, ein kurzes Aufflammen ist, sondern langfristige Effekte hat. Ja, langfristige Effekte. Okay. Wenn man das so beobachtet, wie das mit der Kundgebung war, also du sagst, es braucht ein bisschen Vorbereitung, die Einschätzung teile ich, andererseits waren andere schneller, na vielleicht auch, weil sie auf so Bündnisstrukturen schon zurückgreifen konnten, runde Tische oder irgendwas, die das dann in die Hand genommen haben und sehr schnell Kommunikationsstrukturen hatten. Trotzdem könnte man sagen, es war in Fröndmärchen ein bisschen träge. Und tatsächlich, wenn ich nochmal auf die Facebook-Problematik zurückkomme, dann scrollt man da so durch und so zwei Vorwürfe oder Vorbehalte, die ich gegenüber Lokalpolitik dann oft sehe, sind Träge, Trägheit, Langsamkeit und Aufmerksamkeitshaschend. Was entgegnest du Leuten, die sowas sagen? Die Trägheit kann ich nicht immer nachvollziehen, da es nun mal einfach dauert. Viele Dinge müssen über Anträge einfach auch geregelt werden. Die brauchen ihre Vorlaufzeit. Ein Ausschuss tagt nicht jede Woche, der Rat tagt nicht jede Woche. Die Verwaltung braucht Zeit, um diesen Antrag zu bearbeiten, da eine Beschlussvorlage zu erstellen, die dann in den Ausschuss geht, wo dann aus rechtlichen Gründen das dann ganz oft wieder in den Rat geht und umgekehrt. Und ja, das sind lange Wege, die mich auch stören, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sind manchmal zu lang, manchmal notwendig. Nach wie vor ist ja auch die Sache, manche Sachen sollten vielleicht länger brauchen, um auch einen öffentlichen Diskurs zu ermöglichen. Sie brauchen an der falschen Stelle lang. Also sozusagen im Maschinenraum brauchen sie lang, sie sollten vielleicht besser an der Oberfläche lang bewogen. Die einen sagen so, die anderen so. Das ist natürlich, ich bin eher jemand, lass kommen. Lass uns effektiv werden, lass uns schneller werden. Ich meine, warum brauchen wir, um eine Brücke zu bauen, fünf Jahre, wo die in anderen, ich sag mal, andere Länder mit denselben Voraussetzungen oder ähnliches, wo es in einem Jahr fertig ist, inklusive Planung, Abriss und allen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich meine, du siehst es bei uns durch die letzten größeren Bauvorhaben, die in der Bundesrepublik gelaufen sind. Und das möchte ich nicht abhängig machen. Da war die Regierung, da war der Stadtrat, da war die Landesregierung oder ähnliches dran, sondern das ist einfach ein Riesenmonster an Bürokratie, was wir in der Bundesrepublik mittlerweile haben, was aber auch oft nicht versucht wird abzubauen, sondern wir versuchen an einem System, wo wir wissen, was nicht wirklich gut funktioniert, nur dieses System zu verbessern, anstatt einfach mal ein neues System zu versuchen. Und das ist in vielen Dingen in der Bundesrepublik. So, jetzt sind wir doch bei Bundespolitik gelandet. Ja, aber mit dem lokalen Bezug, mit der sozusagen regionalen Notwendigkeit, die du siehst, das ist ja auch ein Dilemma, man hat ja in der Lokalpolitik nicht alle Entscheidungen in der Hand, die einen aber betreffen. Ich würde noch eine politische Frage stellen wollen, weil ich nochmal den Konsens, Michael, kitzeln möchte, den Wegesuchenden, den Wertschätzenden und den politischen Gegner gleich wieder mit ins Boot nehmenden, Michael. Und deswegen möchte ich fragen, was ist das größte Kompliment, das du einem politischen Mitbewerber in Fröndberg machen kannst? Das größte? Okay, was ist ein großes Kompliment, das du einem politischen Mitbewerber? Ich finde schon, das größte Kompliment ist, wenn er mit all seinen Möglichkeiten und Kraft für Fröndberg versucht, was zu erreichen, was Positives, was uns nach vorne bringt. Und das nimmst du auch wahr, dass das so ist? Also das ist so in Fröndberg, auch beim politischen Mitbewerber? Da gehe ich von aus. Wenn ich der Meinung wäre, dass sie alles, was sie tun, nur machen, um Fröndberg zu bremsen oder zurückzuwerfen, das wäre eine menschliche Enttäuschung, die schon ziemlich groß wäre. Und deshalb will ich ja, oder ist es mein Ansinnen, möglichst viel auch gemeinsam zu machen? Vielleicht auch, damit es schneller geht oder ähnliches, damit manche politische Diskussion gar nicht mehr, ja, dass manchen Gegenargumenten vielleicht der Wind schon aus den Segeln genommen wird, sodass sich das einfach schon von alleine klärt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht im Kreis gedreht bei der Argumentation. Nein, sehr gut gesagt, sehr gut gesagt. Ist ja auch nicht so einfach da. Manchmal muss man auch um so einen Punkt so ein bisschen drumherum gehen, damit man ihn irgendwann hat. Das ist schon ansprechend. Und da ist es zum Beispiel, ich sag mal, was ich vorhin sagte, dieses Open Air, was ich ganz gerne mir vorstellen kann für Fröndberg, das war eine Idee von zwei jungen Leuten aus zwei Fraktionen. Das war von der FEG und bei uns in der SPD waren das zwei Leute, die haben sich zusammengetan, haben da was versucht zu organisieren. Jetzt gab es zwei andere Fraktionen, die dagegen waren. Jetzt gab es andere Fraktionen und da muss man einfach auch sagen, okay, da gab es eine Mehrheit, die eben dagegen war. Das ist in der Demokratie eben so und dann ist es so. Natürlich versuchen wir nochmal einen Konsens herzustellen oder andere Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber die letztendliche oder die erste Entscheidung ist nun mal gefallen. Nein. Okay. Ja, danke. Jetzt würde ich gerne nochmal so ein bisschen was über die nichtpolitische Person, die wir in der Politik hören wollen. Was machst du zum Ausgleich? Also was treibt dich sonst so um in deinem Leben? Familie. Ich bin gerne zu Hause auch. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag gerne mein Umfeld, mein Zuhause. Wo wohnst du momentan? Ich wohne an der Ausbirner Straße. Ausbirner Straße. Ja, da habe ich als kleines Kind gewohnt, dann weggezogen. Aber ich war eben nie weit weg, weil ich wohne an der Ausbirner Straße seit 15 Jahren am Stück. Die liegt ja auch so ein bisschen am Berg. Ja. Ausblick. Und du hast im Vorgespräch gesagt, du hast eine kleine Holzwerkstatt, in der du dich abreagierst. Abreagieren will ich nicht sagen, aber das ist dann so ein Moment, wo ich dann tatsächlich einfach komplett auf was anderes fokussiert bin, wo es dann weg ist, wo ich auch mal gerne das Handy weglasse. Und dann eben, wenn ich nach einer gewissen Zeit dann wieder, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, aufnahmefähig bin für andere Dinge, dann ist das Handy auch wieder dabei. Aber das sind so Momente, wo ich dann ganz einfach auch mal Ruhe und Kraft mehr wiederhole. Das hilft, fokussiert zu bleiben. Ja, kann ich ruhig so sagen, ja. Und Sport ist ein Thema für dich? Ja, man sieht es mir nicht an. Ich gucke unglaublich gerne Sport. War früher natürlich auch sehr, sehr aktiv in manchen Vereinen. In welchen? Ich habe Fußball, war also tatsächlich von klein auf, bis irgendwann die Knochen nicht mehr wollten, war Fußball. Ich sehe dich da als Libero oder was hast du? Nee, linker Verteidiger. Linke Verteidiger. Auf und ab die Außenbahn. Ja, damals war noch nicht so viel Auf und Ab. Also da war eher dann eben der Linksaußenmäher gefragt. Ich durfte ihn dann schicken. Das war dann so eher meine Aufgabe und das Bremsen des Rechtsaußen der Gegner. Das war die Hauptaufgabe. War nicht immer schön, da wir früher eben immer auf Asche gespielt haben. Also man hat so manche offenen Oberschenkel und Knie mitgenommen. Auch B kommen, die man nicht wollte. Das war nun mal so. Und ja, wie gesagt, der Fußball früher. Ich bin noch ein bisschen Kanu gefahren. Das habe ich ganz gerne gemacht. Ja, und ansonsten alles Hobby-mäßig natürlich nochmal ein bisschen. Wir haben Basketball gespielt, Handball gespielt, viel Fahrrad fahren. Ja, sehr viel sogar. Haben wir sehr viel gemacht. Und momentan aber gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Momentan ist an sportlicher Betätigung gar nichts. Fehlt Zeit und vielleicht auch manchmal der innere Schweinehund ist dann doch ein bisschen größer. Aber du guckst auch heute noch regionalen Fußball, denke ich. Ja, also ich bin im Moment sehr, sehr viel beim SV Bausenhagen. Hat familiäre Gründe, freundschaftliche Gründe, wie ich dem Verein verbunden bin. Ich versuche die Heimspiele so gut alle und auch die Auswärtsspiele, ich sage mal bis auf zwei, drei, die Termine vielleicht nicht klappen, da doch immer noch dabei zu sein. Du bist der richtige Ultra. Ja. Auswärtsspiel. Ausspaß nennen wir uns teilweise sogar. Aber allerdings nur im, tatsächlich nur im Spaß. Also wir sind da keine vehementen Fans oder so etwas. Sondern es ist tatsächlich immer auch ein kleines Happening. Man trifft viele Freunde, Bekannte. Und wenn man dann Glück hat, wenn das Wetter auch noch mitspielt, dann ist natürlich, es ist ein wunderschöner Nachmittag oben auf der Alm. Mhm. Tatsächlich, wenn ich gerade das so in meinem inneren Auge so durchgehe, die Fröndberger Sportplätze haben halt alle irgendwie was. Die sind alle ganz nett gelegen. Kann man ein bisschen gucken, ein bisschen grün drumherum. Also es ist tatsächlich so. Ich sage mal, wir haben auf der Alm, ja, da sind zwei Rasenplätze. Das ist schon mal, es ist wunderbar. Die Atmosphäre ist fantastisch. In Fröndberg natürlich durch den neuen Sportpark. Das hat sich jetzt, das ist ein fantastisches Bild, was sich da ja gibt. Also das ist wirklich eine wunderbare Anlage geworden. In Langstelle fantastisch mit dem neuen Platz. Und Frömer bekommt jetzt auch den neuen Belag. Das heißt, sprich auch eigentlich einen neuen Platz. Und das ist schon wirklich was Feines. Ich meine, wir haben jetzt nur noch vier örtliche Fußballvereine. Vorher fünf. Die Fusion natürlich von Hohenheide und Fröndberg. Das kann sein, dass es in Zukunft vielleicht auch noch andere Vereine betrifft, dass sie eventuell fusionieren müssen oder so. Da es beim Fußball, wie in vielen Sportarten natürlich auch Nachwuchsprobleme gibt. Aber ich sage mal, solange es geht, ist das ganz schön, da wir da hoffentlich auch im nächsten Jahr, da Fröndberg, ganz große Aspirante ist aufzusteigen in die Kreisliga A. Und wenn keiner der anderen Vereine absteigt, wobei da ist gerade etwas knapp für einige Vereine in Fröndberg. Aber die Hoffnung ist natürlich da. Es wäre natürlich fantastisch, pro Hinrunde drei Derbys, Rückrunde drei Derbys. Das wäre natürlich schon richtig klasse. Das wäre was Schönes. Wer denkt, dass wir heute wichtige Fragen vergessen haben an Michael Nopput, der hat gute Chancen, ihn irgendwo im Fröndberger Politikbetrieb zu finden oder eben auf der Alm am Sportplatz des SV Bausenhagen. Und ja, nutzt die Gelegenheit. Ihr habt an verschiedenen Stellen gehört, dass er gerne für Feedback und Kritik zur Verfügung steht, gerne sich mit euch auseinandersetzt und mit euch redet, so wie er das heute im Ruhr-Eulen-Podcast vorgemacht hat. Danke, Michael. Dankeschön. Intensives Gespräch. Hast du was mitgenommen? Ja. Und was? Also diesen Satz, wenn etwas für meine Kommune gut ist, dann ist Partei unwichtig. Und diesen Gedanken, dass es mehr Konsensentscheidungen braucht. Ja, das fand ich auch sehr gut. Wahrscheinlich ist es nun manchmal nicht einfach zu sagen, was genau gut bedeutet. Aber wenn alle dieses Ziel vor Augen haben, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Und der Michael, der ist einer, der will zuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten. Wie meinst du das? Naja, der will verstehen, wenn er mit dir redet. Er will dich verstehen und deine Standpunkte und Argumente verstehen und ist dann auch bereit, seine eigene Position zu hinterfragen. Und davon auch dann mal mehr, mal weniger abzuweichen und sich mit deiner Position im besten Fall ein Stück weit vertraut zu machen, sich auch was davon zu eigen zu machen. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Eigenschaft für so eine Position. Ja, total. Das nehme ich auch für mich mit. Ich bin ja auch in der Fremdenberger Politik ein bisschen aktiv. Ja, sag doch mal gerade, was du da eigentlich machst. Ich bin Ortsverbandssprecherin der Grünen. Ah, also eigentlich das Pendant zu Michael in einer anderen Partei. Ja, genau. Ach, guck mal. Ado, ich nehme noch was mit. Und zwar? Ja, so als Idee, dieses mit dem Schönenfeld, da hatten wir auch mal die Folge mit der Julia Gunge. Und die hat so eine Webseite gemacht, schönenfeld.de und da kann man alle Sachen jetzt finden, zentral an einem Ort. Und das fehlt mir so ein bisschen, haben wir auch vorhin mal in der Episode drüber gesprochen, warum kann ich nicht sagen, ich möchte jetzt über dieses pikante Thema in Fröndberg mal alle Informationen haben und dass die irgendwo zentral von irgendjemandem aufbereitet werden. Nein, ich muss mir die alle chronologisch heranholen. Das ist doch viel zu aufwendig und das sorgt für Frust und Intransparenz. Ja, dieser Transparenz-Gedanke, wo wir schon mal drüber geredet hatten, total. So, das war's mal wieder. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns gerne auf Social Media oder auf unserer Webseite ruheule.de. Lasst gerne auch Feedback da. Bis dann.